Die Geräusche, ich hab echt gedacht, die hören irgendwie tagsüber damit aus. Hört ihr das? Ach, da sind sie alle und wandern sogar. Jetzt werden sie leiser. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt oder nicht. Direkt vor mir hier liegen die ganzen Quarkis und Quarken rum. Jetzt hören sie auf. Alles klar. Danke. Vielen Dank.